Ich glaube jedem, der die Wahrheit sucht, ich glaube keinem, der die Wahrheit gefunden hat. Mit diesen wunderbaren Worten von Kurt Tucholsky hat gestern der Erklärbär unser Fragen-Webinar im Rahmen der Intensivausbildung geschlossen. Und ich glaube, das passt auch ganz gut für das heutige YouTube-Video, denn heute geht es um eine Analyse im DAX. Es geht um ein Live-Depot, wo es aktuell einen Drawdown von über 5% gibt. Es geht auch um die Frage, inwieweit Analysen und Trading zusammenkommen. Vielleicht hast du die Analyse der letzten Woche gesehen, wo ich der Meinung war, dass der DAX fallen wird. Das war richtig. Vielleicht hast du die Analyse für diese Woche gesehen, wo ich der Meinung war, dass der DAX auffallen wird. Das war Stand heute falsch. Ich habe mich dementsprechend auch im Live-Trading positioniert. Die Analysen selber waren über zwei Wochen gesehen eher sogar richtig, weil der Markt gefallen ist. Das Trading dahinter war aber extrem falsch oder schlecht, wenn man es so bezeichnen will. Denn Verluste gehören einfach zum Geschäft. Ich werde dir zeigen, wie ich mit den Verlusten umgehe, was ich daraus mache, wie ich mich vor allem emotional auch jetzt in der aktuellen Situation verhalte, wenn ich eben im Drawdown im Konto bin, im Live-Trading-Konto, was ich ja mittlerweile seit zwei Jahren auch entsprechend anbiete und zeige. Und ich werde dir so ein bisschen auch probieren zu vermitteln, dass ich die Wahrheit natürlich auch nicht weiß, wer erwartet, dass ich hier jede Woche die richtige Richtung für den Markt sehe. Der ist einfach komplett falsch gewickelt. Denn natürlich habe ich eine Trefferquote im Bereich von 60, 65 Prozent. Natürlich sind meine Analysen gut. Natürlich habe ich viel Statistik hinter dem, was ich mache. Auch viel mehr, als ich hier auf YouTube zeigen kann. Aber natürlich ist es auch so, dass es genug Fehl-Trades gibt. Das gehört an der Börse dazu. Genauso wie die Nacht zum Tag. Es geht einfach nicht ohne. Wichtiger ist eben, was der Trader daraus macht. Vielleicht kennst du mein ATR-Modell. Die Unterscheidung zwischen Analysen, Trading und Management. Und in der Regel gelingt mir das ganz gut, wenn ich eine Analyse habe, zum Beispiel den DAX die Woche Short zu gehen, über das Trading da sogar auch, selbst wenn der Markt steigt, Gewinne zu machen. Diese Woche war es komplett gar nicht der Fall. Ich habe mich wirklich schlecht verhalten. Ich habe auch Fehler gemacht. Über die Fehler sprechen wir gleich. Letzte Woche gingen die Fehler schon los. Ich hatte letzte Woche als Analyse, den Euro-Dollar mit dem Euro-Boost long zu nehmen. Bin da um einen Pip in meiner Limit-Order ausgefallen. Das ärgert einen natürlich dann schon. Habe den DAX Short analysiert. Habe vier oder fünf Mal ein Limit-Zell reingesetzt in den Markt. Habe die Order nie bekommen. Und das ist natürlich, dann denkt man, Mensch, jetzt sind die Analysen so gut und du bist nicht dabei. Ah, dann würdest du gerne ein bisschen mehr machen. War da auch ein Stück weit abgelenkt vom Markt und werde dann über diese Fehler gleich im Live-Depot sprechen. Weil die Frage oft aufkam, naja, was mache ich denn aus der aktuellen Situation? Du siehst den DAX. Year-to-date sind wir hier nach wie vor im Minus aktuell bei 4,16%. Die letzten drei, vier Handelstage waren positiv. Wir hatten ja auch hier den Monatsultimo noch mit Juli auf August. Ich handel den selber nicht im Algo, auch nicht über SMS-Signale, weil es eigentlich eine Phase ist, wo zwar auch der Monatsultimo stattfindet, wo aber die Volatilität extrem hoch ist aufgrund des saisonalen Effekts, über den wir hier auch schon viel gesprochen haben. Deswegen setze ich den eher aus, aber es schien so oder scheint nach wie vor so, als wenn hier doch leichte Kapitalflüsse in den Markt reinkamen. Auch der Dienstag hier, es war kein richtiger Turnaround. Tuesdays war sehr knapp mit den 34-Tages-SMA. Ist immer die Frage, wie man das misst. Fakt ist, dass der Dienstag dann eben auch leicht positiv war. Und der Markt hier ein bisschen nach oben gegangen ist, aber eben auch nicht deutlich. Also diffuses Bild, würde ich sagen, ganz klar, was meine fundamentale Meinung angeht, so wie ich es ja im Marktausblick immer wieder auch besprochen habe. Die Gründe für die Downside sind momentan größer als für die Upside. Das einzige Argument, was den Markt hier zum Steigen bringt, ist für mich Fiskal- und Geldpolitik. Das ist ein Spiel, das kann man jahrelang spielen. Das hat man auch schon gemacht. Aber wenn das Vertrauen raus ist, geht da auch entsprechend dann der Kurs nach unten. Das habe ich in der Geschichte immer wieder auch beobachtet. Und die Leute, die sagen, naja, Geldpolitik wird es richten, die frage ich einfach, warum arbeiten wir dann noch? Ja, wenn jeder eben entsprechend Geld rufen kann und das dann für den Wirtschaftskreislauf reicht, warum müssen Leute zur Arbeit gehen? Warum müssen Leute angestellt sein? Warum muss eben der Staat dann seine Schulden gar nicht mehr zurückzahlen, wenn alle daran glauben, dass man sich unendlich weiter verschulden kann? Not gonna happen, wird nicht passieren. Auch wenn ich mir Gold und Silber aktuell angucke, hier sieht man ja das Thema Kapitalflucht. Und momentan hebt die Flut alle Boote, alle Märkte steigen. Nicht nur die Rohstoffe, sondern die Anleihen, trotz der steigenden Inflationserwartung. Das ist unglaublich, wie groß diese Schere momentan ist zwischen Inflationserwartung und den tatsächlichen Renditen. Oder auch den Realrenditen, weil die Inflation ja gemessen zumindest noch nicht stark angestiegen ist. Wird wahrscheinlich kommen, wenn diese Erwartungen wie immer recht haben. Und trotzdem sind die Anleihenmärkte extrem weit oben, was wenig Sinn macht. Die Rohstoffmärkte steigen, die Aktienmärkte steigen, die Immobilien sowieso. Und diese Liquiditätshosse ist im vollen Gange, aber man sieht auch hier im DAX zum Beispiel, deswegen war ich auch so negativ für diese Woche, wie schnell sich so ein Markt drehen kann. Der DAX hat in der Rente-Schwäche gezeigt in der letzten Woche. Ich habe das ein Stück weit mit der Euro-Stärke auch begründet. Wir haben ja über 10% Kursanstieg im Euro-Dollar, sind bei der 1,19, steht da mittlerweile auf dem 2-Jahres-Hoch. Wird natürlich auch hier die Exportwirtschaft belasten. Wir haben sehr schlechte Zahlen gesehen aus der Automotive-Industrie. Wir haben jetzt Lufthansa wieder mit neuen Problemen und, und, und. Dagegen haben wir die Tech-Werte, die einigermaßen gut dastehen. Weniger in Deutschland, mehr in den USA. Aber hier diese Schwäche vom Markt und insbesondere auch, dass wir dieses hoch unterschritten haben und dieses hoch. Und vor allem, dass wir diese rote Linie noch nicht überschritten haben. Das macht mich technisch eben auch negativ. Und ich werde technisch auch negativ bleiben. Ich werde also auch im Live-Trading weiter Short-Positionen suchen. Ich werde mich da auch nicht beirren lassen, sondern solange wir hier in der Year-to-Date-Performance negativ handeln, also solange wir hier diese roten Balken nicht überschritten haben, werde ich nach wie vor Short-Positionen suchen. Das kann richtig sein, das kann falsch sein. Das wird der Markt mir sagen. Wichtig ist, dass ich aktuell im Drawdown eher kleinere Positionen mache, auch ein bisschen ausweiche auf Alternativmärkte, wie zum Beispiel im Währungsbereich oder im Rentenbereich. Aber solange wir hier nicht nach oben deutlich durchrauschen, werde ich den DAX shorten. Und was den DAX ja auch ein bisschen am Leben hält, ist natürlich die Entwicklung in den USA. Die innerente Schwäche ist da. Es ist auch ein Index, den ich eben gerne shorte. Trotzdem muss man sagen, in den letzten vier Tagen ist der Markt ein Stück weit nach oben gegangen. Aber wir haben von der Technik her hier auch diesen schönen Trend-Kanal gebrochen. Und warum ich die Woche zwei aggressive Short-Positionen hatte, lag eben ein bisschen auch an dieser technischen Warte und der Idee, dass hier diese Bewegung sich relativ schnell vorsetzen kann, ist nicht passiert. Die saisonale Schwäche ist ja da. Die haben wir jetzt im August und im September. Wir haben jetzt hier auch noch nicht wirklich viel korrigiert. Ich werde auch heute oder morgen nochmal eine Short-Positionen probieren. Nicht aktuell, weil das Sentiment hier gerade sehr negativ ist. Aber hier in dem Bereich von 50% aus dieser Bewegung heraus, die den Markt ja auch über 10% nach unten gebracht hat, in kürzester Zeit, auch mit dieser letzten Kerze, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns so einfach wieder fangen. Aber es ist passiert und ich werde hier eine Short-Position suchen. Ich werde es nur ein bisschen kleiner machen. Ich habe ja gesagt, ich will auch ins Live-Depot schauen. Das tun wir jetzt noch. Wir sprechen auch über Fehler und wir sprechen vor allem auch darüber, wie man im Drawdown sich vielleicht clever verhalten kann. Also die Analyse bleibt für mich. Fundamental, hatte ich es kurz geschildert, technisch schießt du das Bild, bin ich auch negativ. Von der Intermarket-Analyse denke ich auch, dass die Kurse eher noch fallen können. Gerade die Währungen, wie der Schweizer Franken und der japanische Yen, waren eher fester, auch ein schwacher Dollar. Weiß ich nicht ganz genau, ob das so in die Intermarkets gut reinpasst. Ist eher wieder was, was Europa auch schwächen sollte. USA vielleicht ein bisschen Auftritt gibt. Saisonalität, wisst ihr das. August, September sind schlechte Monate. Und vom Sentiment, wir haben halt eine extreme Bullishness, was die privaten Investoren angeht. Wenn ich mir Dinge angucke, wie viel in Greed, sind wir leicht greedy, also sind wir leicht im Bullischen Terrain. Wenn ich mir andere Dinge anschaue, wie zum Beispiel heute Intraday, das Sentiment von der Euwax, was wir hier jetzt aktuell sehen, dann müssen wir auch konstatieren, das ist halt, wenn ich hier den ganzen Tag diese fallende Kurve sehe, dann bin ich nicht besonders motiviert, eine Short-Position direkt aufzumachen, weil ich eben gerne gegen dieses private Sentiment handel. Und das ist hier halt über den Tag, zumindest stand jetzt, 10 Uhr, deutlich, deutlich abgefallen. Das heißt, der Markt könnte hier noch ein bisschen steigen. Der DAX ist ja heute Morgen auch in der deutlichen Position nach oben gegangen. Im Live-Trading bin ich zweimal ausgestoppt worden. Einmal auch sehr, sehr teuer, einmal noch relativ fair. Ich zeige es dir gleich. Also ich suche Short-Positionen auch für diese Woche, wahrscheinlich auch für die nächsten drei Wochen. Wir haben ja dann auch bald wieder Sommerloch Short. Da werde ich dann auch wieder aggressiver in den Markt gehen. Ab dem 24. ist es dann der Fall. Vorher bin ich auch im Markt, aber ich halte mich eher mit den Positionsgrößen zurück. In der monatlichen Sicht sind wir sogar negativ. In drei Monaten waren wir eben auch hier deutlich positiv, was mich auch im Short ein bisschen bestärkt hat. Sind wir aber auch hier, wenn man es historisch sieht, nicht zu extrem. Und auf Jahressicht ist das Bild hier auch eher sogar ausgeglichen, ist leicht negativ. Also vom Euwax-Sentiment keine großen Indikationen von den Zahlen aus Amerika. Sieht man schon, dass die Privaten negativ unterwegs sind. Allerdings ist es, also positiv in ihren Erwartungen sind negativ für den Markt. Allerdings würde ich hier nicht übertrieben in die Position reingehen. Was haben wir im Live-Depot? Momentan sind es drei Positionen. Das ist einmal der Bund-Future. Hier ist die Position sehr, sehr klein. Und die Grundidee ist einfach, dass die Renditen und die Inflationserwartungen extrem auseinander gehen. Wir haben den Austral-Dollar-Yen. Die Position hatte ich schon mal. Wurde auch schon einmal ausgestoppt mit einem mittleren Verlust. Ist auch aktuell hinten. Die Idee ist, dass Australien natürlich an China hängt. Dass wir hier auch ansteigende Probezahlen haben. Die Zentralbank hatte sich ja zweimal in den letzten zwei Wochen geäußert. Wir hatten die Minutes. Wir hatten hier auch entsprechend die Zentralbank-Entscheidung, wo wir anfangs der Woche auch bei 0,25 geblieben sind. Wo wir auch die Yield-Curve-Kontrolle im Dreijahresbereich haben. Was mich hier aber so ein bisschen treibt, sind zwar augenscheinlich gute Nachrichten vorne, aber hinten geht es der Wirtschaft gar nicht so gut. Wir haben den Lockdown in Viktoria. Und wir haben natürlich auch den Yen mit dabei, der eben auch klassisch eine Risikowährung ist. Und wenn der Markt eben hier wirklich mal fallen sollte, denke ich, ist der Yen in eine ganz gute Position. Und wir haben den Schweizer Franken. Das ist so ein Range-Trade. Den hatte ich ein paar Mal in den letzten Wochen auch gemacht. Hat in der Regel auch ganz gut funktioniert. Das sind die aktuellen Positionen. Und ihr seht, die sind relativ klein. Was sind die vergangenen Positionen? Und dann seht ihr, dass ich da nicht draufklicken darf, dass wir hier im Euro-Dollar zum Beispiel einen Verlust hatten. Das war eine Position, die zwischendurch schon 2.000 Euro vorne war. War mit der Strategie Euro-Bust, also dass es nach der Fährte runterging. Hatte jetzt hier einen Verlust von 1.400 Euro produziert. War, wie gesagt, schon über 2.000 Euro vorne. Ich habe es einfach versäumt hier den Take-Profit. Ein bisschen enger zu setzen oder zumindest dann das Stop-Loss ein bisschen nachzuziehen. Hatte eine Position im DAX, die war relativ groß. Leider auch hier mit 150 Punkten im Minus. Hatte das Stop-Loss auch versetzt, weil ich mir relativ sicher war, dass wir gestern nochmal runterkamen oder runterkommen. Ist auch der Fall gewesen. Aber ich habe den Druck da nicht ausgehalten und bin wirklich am Tageshöchststand gestern ausgestiegen. Das passiert. Das ist auch für mich eher ein überproportional großer Verlust. Jetzt sehe ich gerade, dass ich den DAX-Short heute zumindest leicht verpasst habe, weil das ist auch ein Phänomen, was wir gerade sehen. Der DAX ist halt in der Zeit zwischen 9 und 10 momentan sehr, sehr positiv, sehr, sehr stark. Ist dann aber in der Zeit danach eher schwach. Und das habe ich eben hier auch zu spät beobachtet. Bin ein bisschen nervös geworden. Bin auf dem Tageshoch raus. Position davor ähnliches Bild. Und ihr seht schon alleine, diese beiden Positionen haben jetzt hier knapp 7.000 Euro Verlust gebracht. Das ist eine Menge. Das ist auch in meinem Konto eine Menge. Mit der Position fast 8.000 Euro. Sind also hier 5% Drawdown. Davor hatte ich die gleiche Strategie, die gleiche Analyse gehandelt. Den Eurobass, das ging gut. Dann einmal Stop-Loss, das ging nicht so gut. Die Positionen davor waren eher klein. Ich komme gerade auch aus einer relativ guten Gewinnserie. Das seht ihr hier. In der Woche davor gab es relativ viele Gewinne. Trefferquote auch bei 70%, aktuell nur bei 50%. Und ich wollte es hier einfach mal wissen. Ich war relativ überzeugt. War aber nicht dicht genug dran am Markt. Und hatte zwar irgendwie so ein Gefühl dafür. Aber war ehrlicherweise nicht dicht genug dabei. Das schöne Wetter lenkt einen vielleicht auch ein bisschen ab. Und ich muss gestehen, ich habe halt meinem Gut-Feeling hier auch nicht bis zu Ende vertraut. Das passiert. Selbsterfahrene Trader können in Positionen nervös werden. Das ist genau dieses ATM-Modell. Analyse, Trading und Management. Die Analyse ist und bleibt short. Daran werde ich auch nicht rütteln. Bis die Year-to-Date-Performance überschritten ist. Oder wir aus dem saisonalen Verlauf rausgehen. Trotzdem ist im Trading hier gerade in solchen Phasen, wenn du in einem Short positioniert bist, in einem Markt, der in den letzten vier Monaten eher steigt, ist es entweder wichtig, kleinere Positionsgrößen zu machen. Hier war ich einfach ein bisschen zu groß für mich unterwegs. Oder auf der anderen Seite eben sehr, sehr dicht dran zu sein. Das war ich. Aber anscheinend nicht dicht genug. Und auch für allejenigen, die denken, ich bin jetzt der größte Trader-Zamper. Nein, das bin ich nicht. Ich komme aus dem Investment. Ich komme aus dem Portfolio-Management. Ich habe früher Overlay gemacht. Ich habe früher zehn Stunden vor vier Monitoren gesessen. Und natürlich habe ich früher auch ein ganz anderes Marktgefühl gehabt. Weil es ist ein Unterschied, ob du bei dem Wetter wirklich zehn Stunden, fünfmal die Woche vor Monitoren sitzt und am Wochenende auch noch Research liest oder ob du eben vielleicht eine Stunde auf den Markt guckst und immer noch viel Erfahrung und viel Gefühl dafür hast, aber vielleicht dann eben nicht bis zum Ende das richtige, tiefe Marktgefühl hast, weil du auch eben andere Aufgaben hast. Und trotzdem ist das Konto 50% vorne. Das gibt es mittlerweile seit zwei Jahren. Das ist also auch ein Referenzwert, den ich hier voller Stolz zeigen kann. Nicht so weit vorne wie das Algo-Konto, aber die Grundidee, dass selbst Trading hier mit einfachen Instrumenten wie CFDs, ich nutze hier keine Optionen, ich kann hier keine Futures nutzen, ich kann hier keine derivativen Strategien aufbauen, ich kann nicht großmarktneutral handeln. Ich kann nur mit ganz einfachen Futures, wie mit jedem 500-Euro-CFD-Konto auch, sondern mit ganz einfachen CFDs, kann ich auch profitabel handeln. Und ich muss dann auch immer ein bisschen lachen, wenn ich dann Leute teilweise im Internet lesen muss, die dann sagen, naja, wenn ich ein Riesenkonto hätte, wäre ich super erfolgreich. Und wenn ich endlich Futures handeln könnte, wäre ich auch erfolgreich. Ich verliere nur, weil ich CFDs oder Zertifikate handele. Nein, tust du nicht, du verlierst, weil du keine Strategie hast und weil du sie nicht sauber umsetzt. Und weil du auch vielleicht so hohe Erwartungen hast, wie ich vielleicht auch diese Woche, da bin ich auch ehrlich, und du musst einfach auch immer wieder in der Lage sein, dich selber zu regulieren, dich zu managen. Und wie gehe ich jetzt mit dem Verlust um? Ich hatte es schon gesagt, ich mache die Positionsgrößen kleiner, ich werde auch weiter im Markt bleiben, ich werde mein Gefühl wieder probieren aufzubauen, werde aber auch jetzt erstmal weniger traden, bin ja auch nächste Woche im Urlaub und werde dann eben auch ein Stück weit Energie und Geschwindigkeit rausnehmen. Ich habe das alles für mich sehr ausführlich analysiert, habe das in mein Trading Journal reingeschrieben. So ein klassisches Problem, zu schnell zu viel wollen, gerade nach Phasen, wo es auch gut gelaufen ist, und dann eben ein Stück weit nicht genug Energie und Zeit reinzuverwenden. Das ist jetzt auch nicht weiter schlimm, das ist jetzt mit 5% auch kein Walldown, der mich aus der Bahn wirft, sondern wichtig ist jetzt schon zu erkennen, okay, ich wollte einfach etwas zu sehr, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtiger werden und auch einfach vielleicht mal die Bewegung dann an mir vorbeiziehen lassen, so wie es ja die letzte Woche war, und das ist durchaus in Ordnung. Und ihr seht hier, es ist halt ganz normal im Trading, es kommen Verluste, es kommen Gewinne, es gehört einfach dazu. Es kommen auch immer wieder Verlustserien, das ist eben auch durchaus normal, dafür kommen dann ein anderes Mal wieder größere Gewinne. Wichtig ist, dass es halt in der Summe passt, das ist halt entscheidend, wenn ab und zu dann mal so ein 8.000-Euro-Gewinn steht, dann ist es halt nett und schön, weil jetzt hier zum Beispiel auch aus einer Short-Position, die eben auch mit 25 Kontrakten eher größer war, die dann eben hier auch für mehrere 100 Punkte getragen hat, über 300 Punkte. Und wenn du sowas ab und zu dabei hast, dann ist die Performance eben insgesamt positiv, aber es geht immer wieder um das Gleiche, es geht darum, gute Analysen zu machen, die sauber umzusetzen, und wenn du auf solche Dinge Lust hast, dann bist du hier bei dem Kanal genau richtig, abonniere ihn gern, dann trag dich gerne ein, stell auch gerne deine Fragen und Kommentare. Ich habe ja in den letzten Monaten immer sehr viel auch mitkommentiert und beantwortet, werde mich da auch ein bisschen zurückhalten, aber natürlich lese ich das auch, weil ich ja interessiert bin, was die Community fragt, was sie entsprechend wissen will, deswegen auch das Video. Und ja, die Analyse von dieser Woche, dreht des Monats oder dreht der Woche, war jetzt anders als die letzte Woche nicht optimal. Ja, ich habe damit Geld verloren, ich gehe damit auch offen und ehrlich um. Ich mache das, was ich ankündige, auch setze ich um. Trotzdem wirst du nie erfahren, wenn du nicht bei mir in der Ausbildung bist, wie ich das genau mache, wie das Timing genau ist. Du wirst nie von außen sehen, wenn der Trät der Woche ist, wann genau ich Short gehe und mit welcher Größe. Es ist auch nicht immer optimal, aber es funktioniert in Summe. Darauf kommt es an. Wichtiger ist einfach, dass du verstehst, wenn ich hier Meinungen kundgebe, natürlich auch immer mit Risiko- und Haftungsausschluss, dass ich diese Dinge einfach für mich analysiere und dass die Umsetzung mindestens genauso entscheidend ist. Genau das ist ja dieses ATM-Modell, Analyse, Trading, Management. Wenn du das verstehst, dann hast du einen riesen Schritt gemacht, nur zu sagen, nächste Woche geht es hoch und dann steigt es von Montag bis Freitag. Wird niemals passieren oder ganz, ganz selten. Die Waren können, also diejenigen, die wirklich Geld verdienen, die können dann auch in solchen Wochen, wo sie falsch liegen, sogar gewinnen oder zumindest wenig verlieren. Das unterscheidet langfristig zumindest sehr erfolgreiche Börsianer von Hobby-Tradern, die am Ende eher Geld verlieren.